Hi, ich bin Lenny Cheese und in diesem Video habe ich Minecraft Mario Party mit Chaos, Clash Crafter, Leon, Stefan und Annika gespielt. Wir sind übrigens kurz vor 100 Abonnenten, also lasst gerne ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das wird so chaotisch, die Aufnahme. Moinsen, Moinsen, ja. Ich bin Dritter. Oh, Gun Game. Lenny Cheese. Leon. Will uns ja eine abstauben. Ja, möglicherweise. Nein, nicht nur noch, Stefan. Nein. Hallo, mein Stefan. Ach so, das ist so schlecht. Annika, ich bin Staub. Ich mache ein Kilo und werde abstauben. Mann, Stefan, lass mich doch in Ruhe. Nein, Renditus, nicht mich abstauben. Hallo, warum kann ich dich nicht... Ach so, ist schon lange vorbei. Na eins. Zeige, Mann. Hey, ich würfel immer das gleiche wie Lennart. Hallo. Buntes Chaos. Oh nein, ich werde verkeken bei dem. Orange. Nein. Nein. Ich bin da. Nein. Ich lebe auch so. Nein. Millionen Menschen leiden unter Einserwürfel. Lass dir jetzt ein Abo da. Ich warte, rufst du mich. Schau mal. Oh nein, Annika, bitte. Stefan, guck er nicht. Warum wir spielen mir so ein schönes Spiel? Ich mag das aber nicht so, weil wenn es alle machen, dann... Ja. Ich habe nochmal so einen... ...und dann hat Chaos... ...und dann hat Chaos... ...und dann hat Chaos... ...und dann gebracht... ...john, jetzt lasst mich in Ruhe. Ich habe zwei Doppelstrüge im Moment. Nein, weh, weh, weh. Und... ...und... ...man, ich... ...ich habe so Pech. Ich habe ein 2. Ohne 3. Ohne 3. Ohne 8. Also, sie haben eine 8. Ja, die nehme ich auf jeden Fall nicht in die Aufnahme rein. Ich bin 4. Du kannst so, du kannst so, du kannst so, du kannst so sagen, Chaos hat die Runde gewonnen. Nee. Chaos und Lenny, äh, und Clashy sind bei mir. Blümchen. Ich bin komplett in der... ...Clashy ist und ich stand da und dann bin ich einfach weggelankt. Tschüss. Chaos, komm, bring dich um. ...Clash, Chaos. Bei mir leckt alles. Ja, tschüss, Chaos. Nein. Auch Kills. Wenn ich sie keine Kills, ist es ein Schuss. Digga, ich... Ohne. Tschüss. Chaos, ich kann nicht richtig gegen dich fighten, weil da so andere Lappen sind. Ich leckte so ein Sane. Ja, es ist schlimm. Ich kann gar nicht fighten. Tschüss, Stefan. Chaos, ich bin noch nicht gestorben, ne? So. I'm sorry, Stefan. Nein, ich hab mich mit dem Enterhagen ins... ...die Luft gejagt. In der ersten Zeit, die ganze Zeit keiner einzig gemacht. Grenditus. Warte, ich wurde von irgendeinem keck. Die Doppelsprünger, diesen Drecksgain, funktionieren alle nicht. Ja, es ist wirklich schlimm. Sorry, du hast mich noch zu mir verbracht. Ich bin verriegert. Es ist auch schlimm, dass es so leckt. Es ist so schlimm, wie es leckt. Siebter. Ich bin Zweiter, yes. Ich hab ne... Ja, ich bin vorletzter. Es ist auch drei Felder vor mir. Es ist beide überlebt, holy shit. Oh, Mist, jetzt hab ich die Kartoffel. Ja, das wird nicht gut enden. Oh mein Gott, nein, ist leckt. Er ist leckt, ja, ich kann nichts machen. Es ist... Ja, Mann, ich bin jetzt tot. Ne, ich bin vorletzter, ich bin vorletzter. Ja, ich bin nicht letzter, ja. Erster. Nein. Lian, oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich. So, jetzt zerstöre ich alle, hoffentlich. Die Map ist nicht so neu. Das ist die Standard-Map. Man, ich spawn direkt in einem rein, der mich direkt abschießt. Ja, das ist bei mir auch so. Ich hab halt keinen Bow-Aim, deswegen kann ich das Game schon mal nicht. Und im Prügel-Kampf haben die alle immer einen Tod. Ich spawn in Blümchen drin. Ja. Renitus. Ja, ich hatte keinen Fall mehr. Leon! Nein, was ist? Nein, irgendein anderer Kick hat mich. Renitus. Mach mal. Nein, ich bin an Block hängen geblieben. Blümchen. Nein. Wie geht's da an? Beweg'n sich immer zum Namen, wo's man nicht. Stefan, ich hab dich gesniped. Oh. Hey. Ein zweiter. Yeah. Huh. Ich bin neuner gewaltt. Eine sechs. Ja, Mann. Vier. Jetzt kann ich bitte aufholen. Bowser fällt mir. Drei Felder nach vorne. Ja, danke. Endlich läuft's mal ein bisschen für mich. Ja. Als ob's jetzt schon vorbei ist. Wie ist das denn jetzt passiert? Wenigstens bin ich jetzt nicht mehr Letzter. Hallo. Renditus. 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 Maximus. Maximal Rendite. Nur mit renditusmaximus.de. Ich hab ne fünf endlich. Ja, Renditus. Renditus. Maximus. Anika. Ich bin mit Renditus. Hey, Austrischum. Renditus. Oh, schon wieder buntes Chaos. Muss mich konzentrieren. Es war grad knapp. Du hängst. Oh, Mann. Knapp war das. Ich hab ne Plattform. Wo heiten hin, Alter? Oh, Mann. Orange, nein. Ich hab ne... Nein. Ah, ich hab in dem Moment ne Plattform aufgehoben. Aber er hat nicht mehr viel gebracht. Ja, ne sechs. Ne sechs. Ne drei. Ja, Renditus. Renditus. Mini Sky Wars. Ja, das ist keine gute Taktik. Doch, das ist die Taktik von den Leuten, die immer gewinnen. Ich hab Frank der Schnelligkeit. Und... 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 Nein. Meine Hotkeys sind jetzt kaputt, weil... Ich wieder... Oh, ich hasse. 1,16. Wirklich. Ich muss ganz kurz... Nein, ich bin runter. Renditus. Ja, Mann. Ich hab keine Chance. Ich muss ganz kurz einbauen, um meine... meine... um meine Controls zu ändern. Dennoch hätte man nicht nach unten gehen sollen, dann... So macht man Kills. Nicht so strong stuff, dass wir das machen. Oh, mein Gott, Leute mit Bogen. Ich konnte nur einen, ich bin einer von der Runde fliegen. Ja, Lenny gut gemacht, der hat mich umgebracht. Habt euch gerecht. Huch, von wem werd ich... Vorsicht hinter dir. Ah, nein. Öh. Trank des Schadens, rette mich. Ah, da oben, Stefan, 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 was auch von hinten kommt einer. Nein, ich sterbe. Nein. Oh, ich bin tot. Ich hätt einfach noch weiter campen sollen. Was ich gemacht hab, war nicht krass. Ich krieg ne 6, weißt du? Ich hab entweder richtig Pech oder richtig Glück. Mini Survival Games. Sind die Rekorde von den Maps abhängig, oder warum hab ich nie Rekorde drauf, was so? Beste Wachter im Spiel. Ich hab halt nur nen Helm und ne Axt. Ja, das ist an mir vorbeigelaugt, Stefan. Jonas, was hast du für einen Quick-Lenner? Holy Shit. Stefan, ich brauch deine Quick-Lenner. Was? Du hast half Iron-Lenner verhängt? Ja, Entschuldigung. Nein, geh weg! Den will ich nicht feiten. Nein, ich geh nicht. Geh weg. Nein, bitte lasst mich alle in Ruhe kurz mal. Ah! Den hab ich nicht gesehen, weil ich gerade 5-Sicht war. Laining runter, die ist hier, Mann, ne? Ja, ich seh's. Zweiter. Mann! Oh, ne Zweiter. Blümchen! Anika! Dann hab ich gedacht, ja, das hol ich mir. Nein! Ja, ich seh dich nicht. Nein! Nee, das glaub ich nicht. Die haben sich gleich mal zum Konzern durchzogen. Ach, ich bin schon wieder runtergefallen. Okay, das wird gar nichts. Ja, ich bin zweiter. Wow. Mann, ich treff nicht. Ich treff nicht. Ich treff nicht. Ich hab 39 Punkte im Moment. Ja, hilf da! Nein, ich hab's nicht schnell genug geschafft. Stefan, nicht den Käst hier, ne? Stefan ist gemutet, ne? Weißt du? Wow. Ey, Mann, ich hab noch keinen Käse. Das darf doch nicht sein. Ey, dieser Boost ist richtig Müll. Oh, oh, oh. Vorne ist Lenikäse. Hätt ich gerne... Würdest du mal runter schlagen? Nein! Mann, ich mich durch alle. Ja! Hey, Ker! Leon! Oh nein, als ob sie da auf... Tschüss, Eika. Ich krieg grad's... Nein, ich muss weg vom Rand. Ich muss weg vom... Mann, okay. Mann! Ah! Stefan! Nein, wer ist er? Und warte... Blümchen! Ich hab' dich getötet, doll. Jeden, der nicht so unterschlage, kommt wieder hoch mit so'n scheiß Angeln. Ich hab' einen Superschlag. Kommt nicht zu mir. Okay, Stefan! Mann! Mann, ich muss... Ich bin dritter. Ja, endlich hab' ich mal was Gutes gemacht. Ja, ich bin... Zehtausendster. Ja, ich bin neunzer. Ich hab' ne zwei. Ja! Ich hab' ne zwei. Ich werfe am Anfang immer... Renditus! Renditus! Ja! Hier ist... Ja! Oh mein Gott, Stefan ist auch hier! Lasertag! Der will abstauben! Du bist aber... Jawoll! Nein! Nein! Das macht sie immer aus! Warum schießt Schlagbettler ein? Weil ich kein Schlagbettler will. Stefan! Mann! Und da umsinnliche Camper! Einfach absnipen. Warte mal von der Seite! Annika, bleibt mal stehen! Annika, bleibt mal stehen! Danke für den Kill! Ja! Wieso? 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 Schießt der nicht? Ja! 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 Ich bin erster! Ja! Renditus! Renditus! Meinzen! Ich töte sie alle! Okay! Ich... Ich hab 20 Kills! Jawoll! Ich hab sieben? 20 Kills auf der Map is fucking impressive! Ah! This is fucking cheating! Ja! Ich bin einfach zu krass! Annika! Ja! Erster! Ich liebe Nasenspray! Fünf! Yes! Nein! Noch meine fünf! Yes! Endlich läuft's gut für mich! One in the chamber! Ihr seid alle auf der Liste! Erdbeer in der Hand gehabt statt dem Bogen! Bei mir läuft's grad nicht gut! Jetzt war kackig so richtig! Ja bei mir auch nicht! Also ich bin vererst, aber trotzdem bin ich vererst! Hm... Okay! Jetzt geht's ab! Abstauber! Und... Bei mir... Ich hab am Anfang eine Dreier-Kommo gemacht und seitdem mach ich dann... Bei mir geht's jetzt ab! Seitdem ich die Schlacht der Verfolgung... Ich hab dich noch bekommen... Ja! 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 Nein! Ich bin... Schlecht! Stefan! Leon! Lenny! Ne! Jetzt... Jetzt wirst du aber sterben! Nein! Zweiter! Und ich bin... Hab drei Zinkels! Yes! Jetzt läuft's endlich mal eine gute Runde! Ja das ist immer... Einer hat so eine gute... Ja! Also ich weiß nicht was jetzt los grad bei mir ist! Heißer Boden! Nein! Ich bin nicht draußen! Nein! Ich bin draußen! Renditus! Renditus! Ja! Renditus! Nein! Aber trotzdem... Nice! Renditus! Drei! Okay jetzt! An dieser... Rage Jellyfish ist der heutige Schwitzer! Ich hab gar keine Rüstung! Das bisschen praktisch! Ich hab ne Goldchessplay! Aber sonst hab ich auch nicht wirklich viel! Ja! Immer instant in die Mitte halt! So! Ja ist ganz cool! Nein! Ich sprich rund! Ich will nicht so los, weil ich schnell in die Mitte wollte! Renditus! Nein! Lass mich! Nein! Ey! Lennart! Ich hatte so OP-equipped grade! Ja! Danke dafür! Ja! Ja! Aber das ist so asozial, Leute beim Looten zu töten! Das ist auch nicht super! Ja! Dann loot halt nicht! Stirr! 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 Das ist jetzt asozial, was du machst! Damit ihr mal lebst, weil bis zum Ende! Oh mein Gott! Moinsen! Annika siehst du gerade, wo ich will! Go away! Don't talk to me mit deiner fucking Eisen- und Tier-Rüstung! Oh mein Gott! Das macht viel Damage! Nein! Nein! Achso, nur noch Lian und dich! Aber Lian! Du kannst den MLG versuchen mit dem Spinnnetz, Lian! Lian stirbt dich! Scheiße! Ja, jetzt hab ich verkrankt, oder? Ja, ich hab mehr Kills, deswegen! Lennart muss einfach nur unten gehen! Soll ich runter springen? Ja! Mach'n MLG! Cobwebe-MLG! Aber ich hab' keine Dings mehr! Ich hab' kein Spinnnetz mehr! Ja! Du bist ein Cake! Das ist ein Cogwebe- So bad! Tolle! Ja! 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 Ich hab' ne Club angabelt! 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 Ja, weil ich grad am Looten war! Ich hab' ne Club angabelt! Ich zieh's halt vor! Ich hab' ne 10! Oh, jetzt werd' ich verkeh'n, glaub' ich! Ich hab' ne Club angabelt! Ich hab' bisher nur die Map gesehen! Du musst in der Trommel ee nach ganz hinten oben fliegen! Ich hab' die Map bisher nur, ich hab' nur die Map gesehen bisher! Und ich hab' die immer bekommen, ich weiß nicht warum! Ne, kommt doch am häufigsten, die Garfield Map, die einfacher ist, kommt selten mal! Okay! Gut, erstes Stage auf First Strike geschafft! Also einfach nach oben in der ersten Stage! Richtig. Aber ich schaff das doch jetzt schon nicht durch. Boah, er verarscht ihn so sehr, das ist voll gemein. Hä? Oh Gott. Ich hab keine Chance, das zu schaffen so. Hä, man muss nach ganz unten in der Trommel und dann hoch. Hä, ne? Ja, genau. Ganz nah, nach ganz unten und dann nach ganz oben. Ja, ihr sagt nach ganz oben. Ja, ganz am Ende der Trommel muss man nach ganz oben. Ihr habt zu mir gesagt nach ganz oben einfach. Ja, ganz oben in der Trommel am Ende. Warum seid ihr so schnell? Ich bin erster. Nein, ich hab... Nein, ich hab einen Ring verfehlt. Nein. Ich... Nein! Ja, eine Fünf. Ich brauch noch sieben Felder. Ich bin Erster mit Rage Jellyfish. Pferderennen, oh ne. Geht ihr in eine Fünf, oder? Nö. Nein. Nein. Ja, wer ist? Hä, wer geht nicht um das? Ich. Guck mal, was? Mann, die sind alle in mir drin. Kann ich die irgendwie ausschalten? Ja. Ja, recht dringend auf das grüne Ding. Ah, perfekt. Als ob ich grad der Erster bin. Viert und hab noch kein einziges mal gefällt. Nein, ich bin ein Spinnenweben. Nein! Nein, jetzt bin ich ganz erster. Bin der Star? Nein! Nein! Das Spiel ist so ne Verarsche. Das Spiel macht Spaß, oder? Nein! Ich war... Es war so knapp vorm Ziel. Ist es vorbei? Gleich? Gehen Sie bitte weg. Ich bin aber ganz schnell weg von dir. Nein! Am Anfang bin ich immer an Ahnenleuten dran, weil ich... Feitsch! Nein, Vierter! Nein! Ich bin Zweiter! So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Like und ein Abo da. Und es wäre auch super nett, wenn ihr das Video teilt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagtatmen!